So, wir haben einen neuen Eierköpfer und zwar dieses Teil, das hier wie so Haifischzähne das Ei köpft und wir probieren das jetzt mal aus. So, warte mal, ich sehe nichts, und von oben und jetzt wird es geköpft. Richtig ran. Ah, kaputt. Ah, geht. Ganz so elegant war es nicht, aber geht schon. Alles klar. Das ist unser Eierköpfer.